Guten Morgen, liebe Freunde der Astrologie. Heute ist Montag, der 27. August 2012. Mein Name ist Norbert Giesow und heute senden wir aus Kiel-Schilgsee. Ja, wie schaut es denn zu Anfang der Woche aus? Wir haben die Sonne jetzt auf 4,5 Grad Jungfrau bereits. Sie ist über die Opposition zum Neptun hinweg. Das hatten wir besprochen. Das hatte ich besprochen letzte Woche. Wir sehen den Mars. Inzwischen auch schon auf 2,5 Grad Skorpion. Auch das hatten wir besprochen. Der laufende Mond als Tagesanzeiger befindet sich heute auf 10,27 Grad Steinbock. Er wird morgen Abend in den Wassermann wechseln. Im Steinbock, wenn der Mond im Steinbock steht, ist es eine gute Energie, eine gute Voraussetzung, um zu arbeiten, seinen Zielen, auch seinen langfristigen Zielen näher zu kommen. Also arbeiten zu tun, die eine gewisse Routine erfordern, die eine gewisse Disziplin erfordern, die eine gewisse Sorgfaltspflicht erfordern. Andererseits tut man sich mit dem Ausdruck der Gefühle beim Mond im Steinbock nicht so leicht. So dass, wenn es um Kommunikation geht, die auch emotionale Grundlagen hat, dann sich besonders gründlich ausdrücken. Ja, das ist es für heute. Also heute Mond Steinbock, Sonne, Jungfrau, Erdzeichen, also guter Tag, um eben im Alltag zu bestehen. Ein Tag, um Alterspflichten zu erledigen. Ich wünsche allen, die das hören, einen wunderschönen Montag. Ich wünsche allen, die das hören, einen wunderschönen Montag.